Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Live Video. Heute möchte ich euch meine bisher beste Runde mal nicht vorenthalten. Die habe ich letzte Woche im Livestream mit einem Abonnenten von mir und zwar den Muffeli erspielt. Das ist eine richtig starke Runde geworden und zwar so viel vorweg. Also meine meisten Kills habe ich in dieser Runde geholt, wie viele. Lasst euch einfach mal überraschen. Ein Sieg wird es auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten. Lasst wie immer einen Daumen und ein Abo, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. So, das sieht aber so aus, als würden wir erstmal alleine landen. Das ist schön. Komm, wir landen gleich hier. Nicht auf dem Dach. Und das erste, was ich finde, ist ein Phoenix-Kit. Das ist natürlich echt top. Und eine Hemlock. Auch nicht so blöd. Ich sah es noch nicht so weit auseinander landen, aber ich renne jetzt selber weg. Oh, da war ein Enemy. Ich höre nicht, sehen wir nicht. Ich höre nicht, sehen wir nicht. Alter, ich bin gerade... Ey, renn doch mal. Ich drücke hier rennen. Was macht er? Ganz gemütlich laufen. Alter, irgendwie kommt mir das gerade echt mega langsam vor das Spiel. Ich habe keine Munition mehr. Danke. Vielen Dank. Wie ich einfach mal keine Muni mehr habe. Bitte hab ein wenig Heilung. Oh, schon wieder Schiss, das ist nicht gut. Habe ich nicht schwerer aufgehoben? Okay, der eine Mate ist schon unten. I am. Wir sind in der Runde. Check your stations. Half the squad remain. Let's keep winning. Wo sind denn die überhaupt? Ich habe es nicht im Blick gehabt. Aber wenn wir uns zusammen pushen, könnte das passieren. Alles klar, wie gesagt, nach der Runde bist du mit am Start. Da ist noch ein. Einer ist noch, einer ist noch, einer ist noch. Nur mal ganz kurz schauen hier, was wir noch schönes haben. Oh, hier war doch gerade einer. Ich habe doch gerade, hier sind doch gerade zwei rüber gefahren. Ich bin blind. Komm, ich pushe den. Das ist mal geil. Ich hasse es. Und die Hits nicht richtig. Wo ist die dumme Sau? Danke. Danke. Alter, jetzt schon fünf Kills. Was geht denn hier ab? Deine Hilfe ist sehr hilfreich. Das wird nicht so. Halt. Ich habe mich selbst repariert. Danke. Gut geschaut. So, ich muss jetzt mal ganz kurz hier auch ein bisschen. Komm. Oh ja. Moin. Eschenbacher Christ. Eschenbacher Christin. Alles klar, jetzt habe ich es. Oh, hier wurde geschossen. Danke fürs Einschalten. Freue ich mich. Und wir stehen richtig beschissen. Da sind sie. Danke. Wo ist der Rest? Komm, guck nochmal raus, du Bastard. Ich habe eigentlich keinen Bock hier zu stehen, weil das ist... Ja, können sie von allen Seiten kommen. Danke für dein Abo. Freue ich mich. Coole Sache. Komm. Kill Nummer sechs. Ich habe Angst. Ey, Peoples, was steht hier rum? Kontakt. Hör, wir gehen hier. Ich würde gerne pushen. Irgendwie sowas. Alter, ernsthaft. Da ist doch noch ein Gegner und ihr looted die Box. Seid doch mal nicht so dumm. Ich mache in der Regel Abo-Zocken, ja, ich bin aber leider gleich komplett. Also ich zocke gleich mit Freunden. Aber du, ähm, wir können das gerne mal nachholen, wenn ich mal völlig allein unterwegs bin. Das kommt ja auch gelegentlich vor. Wo ist der Penner? Ich muss aber auch mal... Offen, ich bauen sich jetzt hier keine ein, Alter. Oh, jawohl. Acht Kills, neuer Kill-Rekord. Ich flippe aus. Oh, noch zwei Squads. Mensch, das könnte der erste Sieg im Stream schon wieder sein. Oh Gott. Das läuft schon wieder sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh Gott, ich habe gerade eigentlich irgendwie... Ich mag es nicht, auf dieser Position hier zu stehen. Die ist nämlich echt bescheiden. Ähm... Und ich würde gerne... Irgendwo hin... Wo nicht hier ist. Ich muss mal ganz kurz gucken, was ich nicht gebrauchen kann. Okay, ich brauche alles. Und ich muss mein Schild heilen. Mein Schild heilen, ist klar. Ja, ja, scheiße, das Care-Package. Zeig mal. Oh, wenn die das Care-Package pushen... Wenn wir Glück haben, pushen die das. Und wir können die richtig schön... Ja, und ja, danke John für den Tipp. Ich habe es gerade noch gerafft. Oh, ich habe so gar keinen Pock von hinten. Irgendwie keinen Pock. Einen drauf zu kriegen. Oh, fuck. Bitte nicht zu dem Care-Package gehen. Ohne fucking Scheiß. Sag ich's nicht. Oh nein. Ganz toll. Naja, was soll ich jetzt machen? Ich kann nur weg. Scheiße. Muffli, komm zurück. Den Teammate können wir jetzt eh nicht mehr holen. Alter. Jawoll! Starke Sache. Starke Sache, Alter. Richtig geiler Sieg. Richtig geiler Sieg. Ach, das warst du. Ich dachte, du warst noch bei mir. Aber ey, geiler Sieg, geiler Sieg. Richtig geiler Sieg. Zweite Runde gleich gewonnen. Richtig cool. Oh, neun Kills. Meine beste Runde bisher. Oh, danke dafür. Richtig stark. Hopp. Die Runde. Tja.